ja zusammen da bin ich wieder mit einem let's play zu star wars episode 1 4 die power battles und wir waren beim letzten mal hier im palast von t dann müssen hier die königin vor den droiden befreien so wie wir das jetzt machen würde ich sagen gehen wir direkt weiter ich bräuchte allerdings mal eine heilung leute oftweilige so ich bräuchte allerdings nicht nur tief meine heilung ich brauche eine heilung so oder hätte sowas genau geht natürlich auch da ist auch die heilung ff leute perfekt auch wunderbar macht den baum hat die klappe mit deinem laser laser kanone so gut leute ich sagen machen wir uns mal weiter auf die suche nach der königin hier als kriege und schien braucht weilige so so du schießt schon du kannst runter cool ja da komm dann baller ja kommt dann schießt halt so meine müde ui 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 komme ich da hin ach nein ok egal zum glück habe ich hier ein safestad gemacht ja in diesem spiel werde ich mit safestads arbeiten es ist einfach okay gut das war nämlich ein bonus dahin was zur hölle ok gut gut dann gut dann hier runter genau effekt was das finde ich glaube das spiel das wird noch mal echt schwer so und hier und dann zack und zack und hier genau macht die heilige natürlich star wars spiele so kann ich jetzt aber wieder runter gehen bitte ich bin zu hoch gesprungen das kann nicht wahr sein ja gut dann war ok gut dann ganz so alles klar leute gut dann hier dann hier und der ist easy platt sondern der hier auch so und dann hier genau oder genau mach hier macht stoß und tschüss weg mit dem so habe ich noch irgendwas kaputt gemacht hier keine ahnung so leute dann alles klar dann nächster oha ist das checkpoint hier ok ok nicht ballern junge nicht ballern so alles klar jetzt kommt der dicke da die dicke da hinten ja der hätte 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 zwei granaten aus ja der schwarze droide was zur hölle ach du heilige so ok dann und hier was ist das denn da ein rotes perfekt alles voll das ist natürlich auch geil alles voll ja dann es macht doch mehr doch nicht alles ab te penna wirklich so zack ich bin komplett voll hier so dann hier macht stoß so dann zack genau gut was kommt jetzt hier und das war's so was kommt jetzt das war glaube ich okay dann müssen wir auf die rechte seite ja leute wie gesagt ich wünsche euch ein frohes weihnachtsfest ist jetzt der erste weihnachtsfeiertag an dem ich das jetzt hier auf nehmen und erzählt mir wie ihr so weihnachten verbringt das würde mich echt mal interessieren dann habe ich jetzt hier leider nur halbes leben keine ahnung ist gut ist gut das sind schon viele gegner hier muss ich sagen das sind schon viele gegner gut dann bin ich aber zurück durch die ganzen droidikas und dann hier einmal die granate hin so dann auf die droidikas hier achtweilige dann hier sagt er ist weg sehr schön und hier macht stoß genau granate so genau keine granaten mehr aber ist schon okay so der droidikas weg jawoll heute sehr schön oh gott oh gott okay macht stoß hier für jede menge schwarze droiden was ist das denn black life matters oder was irgendwie schon ja so gut dann so dann hier alter schwede ey ihr wehrt alles ab ne ihr fühlt euch so cool schaut mal da da ist eine medizin ach du ach du ach okay gut gut alles klar anvisieren hier und dann ist gleich schon wieder dunkel ey das ist so krass wie schnell es dunkel wird im winter ey mann 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 so okay so leute dann was haben wir denn achtweilige schon wieder so viele sind doch immer mehr als eine okay gut leute oder sogar ein extra teil sehr schön ich habe irgendwie das gefühl wenn man die anvisiert dann trifft es immer ne trifft nicht immer okay da oben ist noch einer der wartet schon auf uns da da oben ist auch noch einer ja dann hier junge junge so zack und dann hier einmal runter gehen ja wir sind schon näher am palast wie da oben ist so ein leben da ne genau genau sehr schön plattform einlage hier was zur hölle warum das denn warum bin ich ja gerade gestorben äh so okay egal ähm das ist wenn man zu krass glaube ich fällt ne so was haben wir jetzt hier hallo wo geht's denn ach hier hier geht's weiter oder genau warte ah ah pardon ne he he ich weiß ein schritte passag das wird uns zu dieser hier das lass mich raten und es kommt ein endboss he he ah okay äh ja hier werden wir wieder auf irgendwas vorbereitet ey aber ne heilung gibt's hier nicht ne doch ne heilung gibt's hier sehr gut ja und wohin muss ich jetzt hier aha wow warte mal vielleicht kann ich ja hier noch irgendwo hin also ich bin nicht voll geheilt ne nur mal so nicht da oben noch irgendwo hin nö okay gut dann muss ich da echt rechts weiter alles klar dann bin ich mal gespannt worauf die uns jetzt hier vorbereiten ah da ist sie da ist die königin ja könnte vergessen könnte vergessen so 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 dann vergiss es ja dann auch hier jetzt so ja 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 ist schon okay Königin warte ah da ist wieder so ein äh da ist wieder so ein voll heil Dings da so ähm gut dann ja komm hier äh so das ist mir zu viel hier zu viel man so 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 Mensch meine Güte ne das ist noch einer das ist noch einer so gut Königin ich bin da hi äh ich bin hier um dich zu schützen ich muss mich zu schützen um mich zu schützen folge mich dann dann mein Handy wieder eh eh so ok haha sehr schön alles klar cool dann habe ich jetzt hier ein Lichtschwert Powerlichtschwert so ok dann können wir weiter ok dann du heilige ey eh so dann dann warte Königin warte ich muss den da oben noch platt machen naja dann komm dann eh so äh was ist das da hinten ach schon wieder Leben weg naja eh komm schon komm schon jetzt ey man so verdammt hallo der wehrt alles ab das ist unfassbar gut egal äh so oh 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 du scheiße puh 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 Leute was ist das da oben ich brauch das da oben nein 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 gut aber das passt schon so ach Mensch Leute die droiden oh man ja gut komm dann äh so ey 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 ihr seid so viele Mann äh meine Güte meine Güte ey da komm da alles klar Leute gut dann ein extra credit geht leute ach leute oh Mann ey schon wie er fast tot so aber gut da ist ja ein äh Leben genau hallo da ist noch einer irgendwo irgendwo ist hier noch einer hier hier einer ist gut haut mal ab hier jeden pack so ey immer wenn es mehr als einer ist das nervt richtig f ja alles klar ich weiß schon was es ist liebe königin einfach hier weiter So, äh, und zack, äh, immer diese Verteidigung, die wären alles ab, so, so, zack, naja, komm, gut, äh, da ist sie schon, okay, gut, alles klar, noch einmal kurz da hinten ein Powerlichtschwert holen, so, alles klar, und dann hier. Das ist nicht wahr, so, jetzt, hallo Königin, äh, okay, alles klar, dann hier, oh Mann, nee, das ist nicht wahr, so, okay, das da hinten hole ich diesmal nicht, ich brauche nämlich das Leben noch, so, so, ah, meine Fresse, ey, so, und dann hier, Droidikas, genau, wenn jetzt hier die Droidikas, ist ja hier, ja, ey, klar, natürlich, die wären aber auch alles ab, so, äh, hallo, ey, die wären alles ab, ja, das kann ich auch, so, ach, du heilige Mann, das ist nicht wahr, ne, so, okay, alles klar, gut, äh, dann da oben, Uah, verdammt, was ist das? Macht, sehr gut, Macht brauche ich hier, da kommt Droidika, ich hasse Droidikas, die sind so krass einfach, Alter Schwede, geht der Ball mal kaputt, so, so, ist noch einer, ach, da oben, okay, alles klar, Droidika, so, ey, kommst du mal hier hin, und, zack, und hier, ja gut, im Nahkampf gehen die ja, im Nahkampf gehen die echt, klar, so, 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 und dann hier, du Droide kannst du mal weg, kannst mal abhauen hier, und hier auch nochmal, so, dann passt das, sehr schön, gut, Königin, wo bist du, hier, da, alles klar, weg mit dem Kack hier, so, was ist hier noch, oh, wir gehen immer weiter hoch hier, da ist noch was, oh mein Gott, es geht weiter hoch hier, hey, hey, nö, 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 nix da, nix da, so, dann Baller, so, okay, halbvolles Leben, ein Viertel Macht, oh mein Gott, so, okay, puh, okay, so, zack, neun, acht Minuten haben wir noch, oh, nein, nicht die, ach, du heilige, ach, du scheiße, das ist so krass, das ist so krass viel, ach, Leute, Mann, so, du, du versuchst hier cool zu sein, oder was, ne, so, ja, so, okay, Königin, wo bist du, wo bist du, Königin, da, Königin, du kannst laufen, los, oder ist da noch irgendwo einer, versteckt sich da noch einer, okay, gut, jetzt kommt doch die Szene, oder, in einem Hangar, ja, genau, ach, du scheiße, ach, du scheiße, was ist, ach, du, was zur Hölle, ach, du, ach, du, boah, ey, so, keine Chance, wie ich die machen soll, ey, wirklich nicht, kann ich das verteidigen, ach, du, boah, ey, nö, keine Ahnung, was das ist, auch, ne, ah, da ist eine Heilung, schon mal gut, so, das verteidigen kann ich das Zeug nicht, so, das ist hier der Hangar, okay, boah, Leute, das ist irgendwie Gift oder so, ne, zwei Droiden, zwei Giftdroiden, ey, boah, fuck, ey, das ist, das ist, das ist, die sind heftig stark, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, ähm, ja, das ist schon heftig, so, dann, ich hab auch keine Macht mehr, ach, verdammt, ja, nein, lauf doch, ach, Mann, ey, boah, sind die wieder hochgeheilt? Nee, sind sie nicht, ja, toll, äh, einmal treffen und ich bin weg, einmal treffen und ich bin tot, na, fuck, so, ähm, gut, dann, ja, toll, was soll ich da machen, was soll ich da machen, Kollegen, ach, scheiße, so, ey, ich darf nicht so viel Leben hier bei denen verlieren, so, der hier, so, beide weg, okay, sehr gut, Leute, gut, dann ist das doch jetzt eine sehr gute Ausgangslage, so, zwei Megadroiden, ich verstehe schon, so, so, und hier macht, ein, ja, klar, kommt schon, ey, so, dann, und dann einfach drauf, ne, einfach drauf, genau, und wenn der andere mir zu nahe kommt, dann mache ich hier wieder einen Machtschlauch, Machtschlauch, genau so, das ist jetzt meine, nein, die Musik war wieder weg, so, dann, uiuiui, so, okay, gut, ne, so, okay, gut, das sind mir wieder zu viele hier, Der ist mir wieder zu viel da, so, der hier auch, und weg, so, so, oh Mann, Leute, uiuiui, so, Ah, einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf, einfach weiter drauf, hier, so, einfach weiter drauf, dann geht das, Ah, jetzt kommt schon, so, 350, der ist weg, ach, das war's schon, geil, okay, cool, Leute, dann increase mal die Health, Kombo erwart, was zur, äh, ach, dann war's das ja schon, okay, Tatooine, Leute, nächstes Level ist Tatooine, Oh Mann, da hab ich schon im Kommentar gelesen, dass das Level ziemlich heftig werden wird, haha, aber gut, Ich hätte eigentlich noch ein paar Minuten, ne, aber, ah, hier ist Anakin, cool, Wir sollen durch Tatooine, wir sollen durch die Wüste von Tatooine und das Königenschiff finden, Wir sollen Anakin beschützen, gut, Leute, allerdings mach ich das beim nächsten Mal, Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da, Lasst die Glocke läuten, äh, wird mich sehr freuen, und, ja, dann würde ich sagen, Sehen wir beim nächsten Mal wieder, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Einen schönen Tag und noch ein schönes Weihnachtsfest, tschüss, tschüss, tschüss,